Mein Name ist Titi Schlaterbund, stolzer Besitzer eines Stoneless Steinesammelwagens. Wir bewirtschaften hier einen Ackerbaubetrieb mit 700 Hektar in der schönen Mecklenburger Landschaft mit starken Hügeln und leider auch steinreich. Steinesammeln ist für uns immer ein Problem gewesen, seitdem wir wirtschaften. Die Felder sind voll von Steinen und bei uns auch noch von großen Steinen. Und diese eingewachsen meistens im kreidigen Boden, weil die Steine richtig festhält. Insofern ist Steinsammeln immer eine anstrengende Arbeit gewesen bei uns traditionell mit einem Radlader plus zwei Außenkräften, die gesammelt haben, wie sicherlich bei vielen auch. Immer wieder ein ungeliebter Job. Übers Internet haben wir den Steinsammelwagen von Stoneless gefunden und haben dann eine Vorführung bekommen. Die Maschine hat uns wirklich von Anfang an überzeugt und bietet vor allem den immensen Vorteil für uns, kurzfristig sammeln zu können. Also es ist nicht notwendig, erst eine Mannschaft zu organisieren mit Steinesammlern, drei Leute, die gleichzeitig Zeit haben, sondern ein Mitarbeiter ist flexibel in der Lage, kurzfristig loszufahren, auf die Fläche und Steine zu sammeln. Das ist ein Konzept, was mich absolut überzeugt. Eine Saison im Einsatz. Wir hoffen, dass sie uns vier Jahre begleiten wird und heil bleibt. Aber bis jetzt ist es wirklich Top-Qualität, keine schönen Maschinen. Bis zum nächsten Mal.